Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jede erdenkliche Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich wären das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will sechs Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt, für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja? Ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay. Okay. Hier, Jörg. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr's gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder wollen, es geht's! Hurra! Alle waren bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Ayers, geht vor! Los geht's. Und damit herzlich willkommen bei Call of Duty Advanced Warfare, dem neuesten Titel der Serie. Und ich hoffe, dass der einiges besser macht als der letzte Titel, Ghosts. Ich habe mich nicht hypen lassen, noch nicht viel davon angeguckt und lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, abonniert mich, kippt mir, gefällt mir oder schreibt was nicht unter die Kommentare. Bawecher. Bawecher 01 in Bereitschaft. Ex-Male Kapseln einsatzbereit. Ex-Male Kapseln einsatzbereit. Ex-Male Landschaft 3159 wiederhole 3159 verifiziert. Achtung fein 0. Allemann, festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. 30 sekunden zum einstiegspunkt hey sieh dich auf der anderen seite da kommen wir nicht dran an den halbe landepunkt zurückgesetzt scheiße achtung bist du noch am leben mittel die tür erst mal los machen gucken wir mal wo wir sind verstanden wir müssen zum boden runter und zu sprengteam eins stoßen wir sind nord koreaner also geiler auftakt gewohnt von call of duty ne kontakt auf dieser seite geht steil runter hier drüben haben wir platz was bietet er uns denn hier an macht eure booster bereit denkt dran kontrolliert mit kurzen schieben den fall die 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 wie c schon deutlich zugelichtert im Gegensatz zum Vorgänger. Was man aber auch vorhin noch schon bei den Charakteren gesehen hat. Super geil. Geben Sprengteam 1 Unterstützung. Die sind schon abgerückt. Dachten, ihr werdet tot. Wie ist deren Position? Zwei Kilometer nordwestlich. Kleinparad 775. Okay, wir rücken ab. Ja, keine Pause, direkt weiter. Verstanden. Haltet die Augen offen. Oh. 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 Das ist ja noch ein bisschen Kanonenfutter hier. Drohnen. Oh, ist der mit Schützen? In Deckung! In Deckung! Schütz neu! Jemand anders geschützt! Oh. Verklären war nicht so gut. Ja, ja, wir sind verletzt. Oh, okay. Ja, das ist uns keine Wahl. Das Schild man besser in der Hand behalten. Die Augen offen. Oh, die Augen offen. Ah. Oh, genau. Oh mein Gott. In Deckung! In Deckung! Schützt euch! Jemand an das Geschütz! Mitchell! An das Geschütz! Versuchen wir! Halte die Drohnen von uns fern! Wir brauchen Zeit, bis der EMT geladen ist! Ich bin überall! Ich krieg keine Abwasserung! Auf die Drohnen! EMT bei 50%! EMT geladen! Abfeuern! Danke für die Hilfe Badger Team! Prima Soldat! Schiese Dinger! Mitchell! Hier drüben! Wo kann ich sowas kaufen? Für privat? Los! Los! Witzigerweise, in Südkorea gibt es einen Unternehmer, der an solchen Exoskeletten arbeitet und seine Mitarbeiter testweise damit auch schon rumlaufen lässt. Also da ist man gar nicht so weit weg von. Kann ich auch Granaten schmeißen? Ja. Was ist das denn? Abgefahren! Was ist das denn? Wow! Muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Das Kanonenfutter kann auch zurückfeuern. Jungs, was macht ihr denn? Warum hilft ihr denn mal nicht hier? Typisch, ey. Alles muss man alleine machen. Keine Gefangenen. Wir müssen rüber auf die andere Seite. Booster bereit machen! Ach ne, da war was mit F oder so, ne? Ach, wir haben jetzt überlebt. Ist nicht wie in der Grundausbildung, was Mitchell? Ah, genau wie mit dem Fallen. Wie lange können wir das denn machen? Immer? Warum muss ich das denn aktivieren? Havoc-Werfer! Direkt voraus! Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Spreng-Team finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer! Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Boah. Spreng-Team 1, ihr Badger-01. Seid ihr da? Over! Wir hören, Badger-01. Wir nähern uns zur Position des Havoc-Werfers. Wir haben das Video-Cord gemacht. Verstanden. Wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden. Wir befinden unsere Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Drohnen! 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 Na toll. Drohnen Feuer von rechts, Feuer von links. Über Education Delft, Feuer von rechts. Achämän, corrosion füren Terror, Feuer von links. Unives die Höter hier zu. In der Idee. Auf die Nummer, Feuer von denen ist es sogar gegenseitig Milli. Das mit dem Springen, was wir machen können, das ist wirklich cool. Wechseln zum Bulldog. Schrotflinte. Waren wir noch nicht? Abgefahren. Scheiße. Die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration. Wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Mitchell, mach das Tor auf. Nicht feuer! Blau! Blau! Identifizieren. Atlas, PMC, Rettungseinheit. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Also los, mir nach! Politypen. Atlas. Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Ich wollte meinem Land ziehen, nicht meinem Halten. Schluss jetzt. Da vorm bewegt sich was. Patrouille, ausschalten. Ja, wo steckt die ja? Ab mit der Granate da oben rein. Ist hier eine Ruhe direkt hier. Wem sind sie die? Nicht uns. Anders würden sie blau leuchten. Pfff. Was feuert denn da so lustig? Kontakt! Neun Uhr! Na, die Schraubflände gefällt mir. um Räume zu säubern, na? Wer bist du denn? Ob das ne gute Idee war? Ja, kommt Jungs. Dann tragen wir die mal ein bisschen hier. Falsches Land. Da ist nix mehr. Nur noch Flecken an der Wand. Wir müssen weiter. Wie sie immer im Lauf springen. Aber ich kann das nicht vorwärts machen. Okay. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. Hier ist der Havoc-Werfer. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben. Schätze. Sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe Ihre Sprengsätze. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaffe das. Okay. Mitchell, du gehst mit eins. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los. Drohnenausrüstung. Das ist wahrscheinlich hier lieber besser, mal auf Maschinengewehr wechseln hier. Und holen wir uns mal die Ausrüstung. Oh, fuck. Jungs, wo seid ihr denn? Warum bin ich denn hier wieder alleine? Das ist ein Team, ey. Schnapp dir die Ladung. Tag, zwei Uhr. Der Werfer ist schwer gepanzert. Ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir. Mitchell, mir nach. Wer ist von uns? Ja. Natürlich nicht. Oh, was ein Effektfeuer. Aber die haben einfach gar keine Schnitte. Okay, haben sie doch. Der Werfer reibt uns auf. Wie ist der Status? Das Sprengteam ist tot. Versuchen die Mission selbst abzuschließen. Rot, rot, rot ist alles, was sie sehen. Da oben ist das immer. Da ist noch was. Oder sind das da Drohnen? Wenn ich einen Werfer oder sowas? Was ist das denn? Oh, 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 oh. Wir schaffen das! Weiter zum Werfer! Okay. Ein bisschen doch Kanonenfutter, ne? Wie war das? Das ist klar, wir sind beim Werfer. Was müssen wir tun? Mitchell, hier rüber! Die Ladung! Timer läuft jetzt! Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Tut scheiße weh! Los, zieh! Scheiße! Schädig nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg, los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst springen! Jetzt! Ist okay. Seh dich auf der anderen Seite. Nein! Mitchell! 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 Spaceman! Badger 2 hat's erwischt! Ich brauche einen Rettungstransport! Ich brauche einen Moment! Schön durchhalten! Alles wird gut! Wir bringen dich heim! Da bleibt ja was zurück! Na dann gehen ab jetzt nur noch Pistolen! Okay, wir können drei Punkte und können die verteilen, aber das hier hinten ist gesperrt, also können wir nur Explosionsschaden, den Rückstoß, äh, den Rückschlag, wenn wir feuern. Schnelleres Nachladen, immer geil! Exo-Fähigkeiten erhöhen, länger springen, springen, springen und mehr Primärgranaten, ne, ich, ähm, Nachladen gefällt mir, ja, gerne. Schnellere, schnellere Zielen, auch nicht verkehrt, aber eigentlich ist er schnell genug, ein Rückstoß, ach, und das nächste kostet dann mehr. Schreckhaftigkeit, das ist geil, wenn man getroffen wird, verzieht, ja, viel wichtiger als der ganze Rest. Okay, dann nächste Mission im nächsten Teil. Bis gleich!